Liebe Astro-Rebellin, lieber Astro-Rebell, willkommen zurück in deinem Kanal der Astrologie. Wir haben jetzt am 10. Februar einen wichtigen Neumond. Ich sage wichtig, weil dieser findet zusammen mit vielen Himmelskörpern im Sternzeichen Wassermann statt. Wassermann kündigt eine neue Ära für die Menschheit an. Pluto ist im vergangenen Januar in diesem Zeichen eingetreten. Und jetzt haben wir ja nicht nur die Sonne in diesem Zeichen Wassermann, sondern auch Merkur. Wir haben Wald, dann Mars und auch Venus in diesem Zeichen. Das bedeutet, es öffnen sich neue Türen. Es öffnen sich neue Möglichkeiten zur Veränderung. Insbesondere im Vergleich mit dem Jahr 2023 sehen wir hier eine neue Dynamik. Es ist etwas ganz Neues energetisch betrachtet, was sich in diesem Jahr 2024 allgemein gesehen ergibt. Und ich verstehe, dass du möglicherweise eine Sehnsucht oder Nostalgie für die Vergangenheit empfindest. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass ein zu starkes Verweilen in der Vergangenheit deinen Fortschritt behindern kann. Mit dem neuen Mond im Wassermann hast du die Gelegenheit, den gegenwärtigen Moment zu umarmen und dich auf die Schaffung neuer und aufregender Erfahrungen zu konzentrieren. Wir sehen, dass dieser Mond ein Quadrat bzw. einen Winkel von 90 Grad oder knapp 90 Grad zu Uranus im Sternzeichen Stier bildet. Denn wir haben den neuen Mond im 20. Grad vom Wassermann und Uranus ist im 19. Grad Stier. Das Quadrat zwischen dem neuen Mond und Uranus deutet darauf hin, dass du in den vergangenen Monaten möglicherweise eine Stagnation verspürt hast. Wie ich gesagt habe, wir hatten viele rückläufige Himmelskörper immer wieder im vorherigen Jahr gehabt. Jetzt seit Januar haben wir alle Planeten direkt laufend und zwar für zehn Wochen nach Januar 2024. Also wir haben zehn Wochen keine rückläufigen Planeten. Das ist gut, weil dann hat man jetzt Platz, man hat den freien Raum, etwas Neues anzunehmen. Als Energie, als Situation, sogar neue Menschen können jetzt in deinem Leben auftauchen. Also du hast jetzt ein Gefühl der Stagnation erlebt im Jahr 2023. Jetzt ist das neue Jahr angefangen und du spürst eine innere Berufung, die Kontrolle loszulassen und dich endlich für neue Wege und Möglichkeiten zu öffnen. Manche Menschen haben es einfacher als andere, sich für das Neue zu öffnen und diese Veränderungen anzunehmen, die auf uns zukommen. Aber andere haben es nicht so einfach. In solchen Zeiten ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass es manchmal notwendig ist, sich zu ergeben und dem Prozess des Lebens zu vertrauen, damit man vorankommen kann. Und das ist sehr wichtig, meine liebe Astro-Rebellin, lieber Astro-Rebell. Wenn du dir nicht sofort über den richtigen Weg in diesem Jahr 2024 in einer bestimmten Situation im Klaren bist, empfehle ich dir, einen Schritt zurückzutreten, um eine klarere und neue Perspektive zu gewinnen. Auf diese Weise wirst du jeglichen Widerstand überwinden, der deine persönliche Entwicklung behindert. Wie ich schon bereits in vorherigen Beiträgen, auch in schriftlichen Beiträgen erwähnt habe, stehen viele Himmelskörper im Sternzeichen Wassermann jetzt im Februar. Und dies lenkt unseren Fokus auf das Neue. Das, was in unserem Leben entstehen sollte, damit wir eine bessere Zukunft haben. Neue Möglichkeiten bekommen wir auf jeden Fall vom Universum, aber zugleich haben wir Herausforderungen zu meistern. Diese neuen Möglichkeiten erfordern manchmal nicht nur Mut, sondern auch eine klare Perspektive für die Zukunft. Dennoch können in solchen Zeiten der Verwirrung und der Unsicherheit eine gewisse Selbstversweiflung geben, aber du solltest dich daran erinnern, dass Klarheit gefunden werden kann, indem du deine Intuition akzeptierst und dich am Menschen wendest, die dir helfen können, Klarheit zu erlangen. Gleichzeitig ermutige ich dich, Innenschau zu betreiben, dich nicht so sehr auf äußerliche Reize zu konzentrieren, denn die Welt ist eine ständige Ablenkung. Du solltest Seiten der Meditation der Innenschau finden, sodass du zu deiner inneren Wahrheit gelangen kannst und dich von deiner Intuition leiten lässt. Nur so kannst du jede Verwirrung oder Unsicherheit navigieren und erfolgreich deine Ziele in diesem Jahr 2024 erreichen. Insgesamt ist die Botschaft, die du während des Neumonds in Wassermann verinnerlichen solltest, die Vergangenheit loszulassen, die Kontrolle abzugeben, sodass du dich für das Neue öffnen kannst, dich an Menschen zu wenden, die dich unterstützen können. Denn wir vergessen nicht, dass Wassermann betrifft nicht nur das Individuum, sondern das Individuum im Zusammenhang mit anderen. Ja, es ist auch wichtig, dass du deiner Intuition vertraust mit diesem Neumond im Wassermann. Du solltest vor allem den gegenwärtigen Moment umarmen. Lass die Vergangenheit hinter dir, sodass du eine neue Perspektive gewinnen kannst und dich auf die Schaffung neuer Erfahrungen begibst. Erinnere dich daran, liebe Astro-Rebellin, lieber Astro-Rebell, dass Klarheit gefunden werden kann, indem du auf deine Intuition hörst und dafür brauchst du Ruhe und wie ich schon gesagt habe, Innenschau. Je nachdem, wo in deinem Horoskop, in deinem Radix dieser Neumond fällt, dann ergibt sich eine andere Interpretation. Denn ich bin mir sicher, dass dieser Mond irgendeinen wichtigen Aspekt zu deinem Planeten in deinem Horoskop bildet. Und es wäre natürlich interessant zu sehen, welche persönliche Botschaft das Universum für dich hat. Gerade jetzt im Februar 2024 mit diesem Neumond in diesem neuen Zeichen. Ich sage neu, weil das ist das Zeichen, in dem Pluto jetzt navigiert. Neumond, das ist das Wort vom Wassermann, das Wort Neue. Und dementsprechend haben manche Menschen ein bisschen Verunsicherung hinsichtlich der Veränderungen, die sie entweder annehmen müssen oder selber durchführen müssen. Und wenn du dir nicht im Klaren darüber bist, welchen Weg du einschlagen solltest in deinem Leben, im Hinblick auf eine bestimmte Situation oder Lebensfrage, ich bin immer da für dich, um dich dabei zu unterstützen. In diesem Sinne bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Erfolg, Gesundheit, Liebe, alles Gute zu diesem Neumond am 10. Februar 2024. 24.